Ich mein, digitaler Download, ist das so schwierig, he? Mit deinem Knopfdruck hast du die geilsten Nummern auf deinem Laptop, deinem Handy oder sonst wo, ja? Ja, willst du den Plotenspul in der U-Bahn mitziehen? Ja, weilst du es nicht kaufen willst, kannst du es halt streamen, Streaming-Service, alter, ich mein, alter, ich hab sogar die Plotenfirmen gecheckt.